Hallo Leute, heute kommt das nächste Video raus und zwar wir spielen Random Teams in Lebensraub zusammen mit Felix und Moritz. Mir. Genau. Future Fancy Destiny, Ritz mit BaboTV. Der hat ein halbes Jahr lang nicht gespielt, deswegen ist er auch erst Level 6. Ja, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Das ist doch alles perfekt, das kriegen wir hin. Oh, Silent Rage. Wir müssen in den Spielkanal gehen, sonst hört er uns nicht. Silent Orage. Toll, jetzt schade, das ist anders reden. Das sind einfach die größten Abstände, die ich je gesehen habe. Level 6, Level 143, Level 236 und 255. Ich habe einen Sniper. Soll, ich bin hier hinten gelandet. Bei mir ist auch direkt einer. Okay, ich komme. Komm, du hast soweit hin. Soll, er ist direkt bei mir. Okay, der eine ist direkt los. Silent Orange ist da. Orange. Nicht Orange. Ah, auf mich schießt jemand. Ich habe halt nur eine Sniper. Ich kann mich nicht mehr. Ja, und hier sind überall Gegner. Warum gehen wir auch nach Lazy? Komm, pass auf. Ich krieg den Lass. Oh, oh, oh. Achtung, da ist noch einer. Leute, ich habe noch 10 Leben. Ich brauche Waffen. Ich kann noch 10 Waffen hier. Okay. Voll gut. Warte, ich versuche halt zu lassen. Hilfe! Du glaubst, das warst du mal wieder komplett. Ja, okay. Moritz hat 6 Leben oder so. Der wird nicht so weit kommen. Ja, ich weiß. Achtung, der Typ ist direkt hinter mir. Okay. Ja gut. Gute erste Runde. Wir gehen nicht mehr wieder nach Lazy. Kamel Maserati. Hallo? Wahrscheinlich fährt da auch ein Maserati. Mhm. Das kann man ja gar nicht reinschneiden. Gut. Kamel Maserati, bist leer ausgegangen, gell? Blöd jetzt. Da hinten sind noch welche. Dann haben wir ja. Ja. Okay, gut. Freier muss ich auch verloren. Schau da rein. Alter, ich will nämlich auch, Frank. Hab ich einen E-Strap. Ich hab ja nur noch... Ich hab ja noch 2... 2 Leben. Der Typ rennt da wieder mehr durch, als Michael Jordan, wenn er grad versucht zu gewinnen. Oh, Headshot. Im-Im Feld. Voller schreckt. Nein, der-Das Kamel ist da rumgegangen. Okay, ich ratere jetzt mal kurz meine 12 Granaten durch. Digga, der Typ fühlt sich auch verarscht. Helf mir, helf mir. So, ich hab ihn wieder hochgezogen. Danke. Wann, 30er? Über-Test, über-Test. Hä? Ich glaub, der Typ ist einfach nur der übelste Zweier. Er hat aber den IQ von der Bratpfanne. Ja, ihr müsst in die Zone. So, ich hab ihn mal gut angezogen. Aber was ist das? Digga, scheiß auf des Kamel. Tod. Kamel Maserati ist weg. Oh, da drüben ist ein Boot. Da da hinten ist ein Boot. Haha. Ich glaub, der ist... Ja. So, ich weiß. Moritz hilft mir! Moritz bau! Ich hab einen! Bist du! Okay, Moritz bau oben zu! 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 Leute, wir müssen auf dem einen achten! Geil! Scheiße! Junge! Ich muss den einen pushen! Nimm meine Karte! Digga, ich hab sieben Leben! Halt einfach deinen auf! Und du angest halt jetzt! Ach man, ey! Ich hab den Falschen getroffen! Echt? Ja, den, ja! Bro, nein! Komm, den kriegst du noch! Don't follow me! Das ist der letzte von denen! Okay, ich finde... Der andere ist tot! Den anderen hab ich! Hä? Der Typ ist, glaub ich, nicht so intelligent. Ja, aber wer schafft es nicht zu outplayen? Ja, übel! Ja, was soll ich denn machen? Der Typ hat Hex! Aber jetzt trotzdem nicht so intelligent! Von One, One, Alter! Das ist der letzte von denen! Yay! Oh, Rode! Ich hab null mehr! Nein! Siehst du, mein klasses Movement, Alter! Nein! Alter! Echt nicht! Die treffen echt gar nichts! Nein! Du hast ihm einen 275er Headshot gegeben und er ist nicht down gegangen! Doch! Doch, doch! Talk! We are from England? Weil eigentlich nicht! But... You can trotzdem talk with us! If you are the cool, then you talk with us! Hallo! Hallo! Er looted die Tankstelle! Okay! Ja, ich bin down! Loli, ihr schafft es! Es ist echt okay! David, hol mich hoch, Morty! Ich hab einen! Ich hab zwei! Waren es jetzt alle oder war da drüben noch einer? Weiß ich nicht! Achtung, da ist jemand! Hey! Ich bin angewellert! Okay, einer ist Sheetbreak! Das ist nur einer! Ja, dann ist der eine Sheetbreak! Jo! Ist weg! Schön! Nächstes Mal müssen wir Felix den killen lassen! Weil dann kriegt er Leben! Du musst halt... So, ja! Bei Mace sind Gegner! Ach so! Oh mein Gott, ich bin ja absolut los! Aber er kann gar nicht mehr sehen, leider recht! Aber er kann gar nicht mehr sehen, leider recht! Ah, hinterher! Hättest du... Oh nein! Das waren zu sehen! Aber niemand sch... Also ich geh halt nie down! Der Feuer, ne... Ist dann wieder ein Boot! Oh ja! Oh, zwei! Kriegt ihr das hin? Junge, ich treff's nach hinten! Sind die in allen Wolfen? Oh shit! Aber ich geh nie down! Ich hab weg! Ein Hit! Einer weg! Alter! Oh mein Gott! Finish! Ja, ihr habt ihn da drüben ist noch einer! Ich hab doch wieder kein Leben! Oh no! Ich sammle meine Karte auf! Ja! Schild Break! Und wo eigentlich noch? Echt so! Echt so! Aber ich hab immer noch überlebt und ich hab immer noch 30 Leben! Ich hab auch immer noch 100! Haben die sich nach da hinten zurückgezogen oder sind das wieder neue? Das sind neue! Alter Junge! Leute sind hier überall welche! David, ich kann nur gewinnen wenn du mir jetzt zum Alper schlugst! Ja komm her! Ja! Achtung! Aufpassen! Ja! Hingehen! Ich hab einen Schild Break! Ja ja! Ich hab einen Schild Break! Finischt'n Junge! Den! Ich hab ihn an! Oh lord! Ist noch einer! Keine Chance! Keine Chance! Weil nicht im Wasser! Doch wir schaffen das! Nein! Warum hat er den einen wieder hoch gezogen? Ja! Wie schnell! Ja! Hä? Das ist ja mal der beschisseste Mode von Alper! Ja! Sannig so!